Wir gucken uns die Videos danach mal an, ne, dann sehen wir mal, wie du schon durch bist und ich... Ich sehe, dass ich vor dir durch bin. Ich noch auf einem scheiß halben Weg bin und jetzt wie eben gerade, wie blöd auf meine... Mein Mittelfinger tut schon so weh, man muss wehauen. Damit er überhaupt sprintet und wenn er das mal tut, dann... Das ist eine neue Tastatur und das spart trotzdem so, ey. Das glaube ich nicht. Das ist nicht mal einen Monat alt. Äh, man drückt. Jetzt bist du nicht gespannt, das habe ich gesehen. Aber du hast gehört, oder? Ich habe nur einmal raufhören gehört. Ach komm, Alter. Ja, ich sage ja nur, was ich gehört habe. Ich werde sie schuldig auf meine Tastatur schieben, aber ich schiebe sie doch drauf. Ja, Alter, hast... Ich kann schon, ich denke, es ist ja nicht mehr mit dir... Wir sind ja gleich bei der nächsten Challenge, da sind wir wohl Diamanten drin. Das ist toll. Ja, dann machen wir Aufnahmepause. Würde ich sagen. Seid denn, du willst noch weitermachen? Unbedingt. Ups. Oh, Alter. Schon wieder sprintet er nicht. Ja. Ich glaube, es war schon ein bisschen krass, diese hier als zweite Map zu nehmen. Vorhin bin ich mal gespannt, wie die echt noch zum Schluss wird, wenn sie am Anfang schon so schwer ist. Ich meine, keine Ahnung. Wir sind ja immer noch im Training. Und wieder ist er nicht gesprintet. Und wieder ist er nicht gesprintet. Ah, es funktioniert. Von daraufhin bringt das auch nichts zu nett. Doch, so geht es mindestens. Das funktioniert erstaunlich gut. Ich glaube, ich weiß auch, wieso du das... Ich glaube, du hast es bei den letzten Malen immer zu schnell gemacht. Weil so wie ich das jetzt höre, haust du jetzt bumm, bumm. Und bei den letzten Malen hast du immer bumm, bumm, gemacht. Vielleicht war das einfach zu schnell. Ja, genau. Und der Geschwindigkeit, die es gerade gemacht ist, mache ich es immer so. Dumm, 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 dumm. Und da hat es bei mir immer geklappt. Weil das kann wirklich sein, aber dann warst du vielleicht zu schnell. Aua, ich bin immer jetzt durch. Aua. Ja? Das ist doch gut. Dann können wir jetzt die Galle... Oh! Warte kurz. Was ist denn das? Wir können gucken, ob wir das machen können, weil da steht, es kann lecken. Hast du schon gedrückt? Ja. Oh, jetzt müssen wir erstmal warten. Weil die Tür geht nach Zeit auf. So. Muss sowieso meinen Mittelfinger erstmal entspannen. Soll ich dann anfangen? Okay, warte mal, woher muss ich denn hin? Darauf oder darauf? Ich glaube auf den. So, ich fange nochmal an. Nein. Oh, fuck. Alter, ist die nur kurz offen. Ja, du sollst ja auch in dem Moment schon da sein. Ich spring... Ah, ja. ...übrigens viele Sachen in einmal durch. Eine Nummer habe ich auch mal versucht. Was? Achso, das war deine Tür, die aufgegangen ist. Meine? Ja, dein Klick. Nein, jetzt bin ich nicht gesprintet. Oh. Das kann ja jetzt geil werden. Sowas habe ich auch noch nie gemacht, so auf Zeit. Sonst sind ich... Das heißt, ich habe einen guten Plan. Was denn? Oh, die Tür geht jetzt schon auf, Alter. Ne, ich weiß. Das war auch noch nicht von mir gedrückt. Also doch, außer sehen immer nur. Oh, Gott. Ach, ach ja, Sprinten war wieder mein. Ne, äh, äh, ähm. Ja, geht auf meine unglaubliche Klickgeschwindigkeit nicht, oder was? Oh, ich habe den ersten Sprung verkackt. Ich würde den Tick erst mal zu Ende machen lassen. War die Tische schon auf? Ne, 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 ich habe nur versucht. Weil im Notfall kannst du einfach drücken, wenn ich drüben bin, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du es schaffst, ist ein bisschen größer als die, dass ich das schaffe. Ne? Ihr Freilie. Och, komm. Wieso kann man das denn... Ah, okay, ich muss hier bremsen. Sonst schaffe ich das nicht in einmal. Hui. Hä? Was war das? Okay, man kann das nicht alles in einmal so sprinten oben. Hast du schon gedrückt, wieder? Ne. Los, geh los. Muss sowieso erstmal über dem zweiten Sprung kommen. Oh, jetzt bin ich rüber gesprungen. Das gibst du nicht. Dann kannst du hinten gar nicht mehr sprinten. Boah. Nein. Oh, Mann. Du hast gedrückt? Nö. Also doch, ja, hatte ich immer. Ich warte lieber erstmal, weil ich glaube, wenn wir so viel Redstone da... Das kann der Server nicht so gut. Oh, komm. Oh. Oh, Mann. Ah, fuck. Man kriegt ja Damage vom ersten Sprung. Ja, ich bin beim ersten Sprung immer stehen geblieben und dann habe ich bis zum Ende der Reihe durchgesprintet. Dann um diese zwei Ecken rum, dann wieder bis zum Ende der Reihe durchgesprintet und oben die ersten beiden durchgesprintet und die letzten beiden immer einzeln, jeweils. Weil sonst fällt sie runter. Ja, genau. Ah. Und beim letzten immer schon in der Luft Schiff gedrückt, damit man ein bisschen abkommt. Ja, willst du nicht bei mir drücken, sonst schaffe ich ja sie nicht. Keine Ahnung. Wenn du es bis hier einmal schaffst, und das relativ schnell, ich mache die Glasscheiben jetzt nur kaputt, damit ich mich hier so hinstellen kann. Und jetzt sind wir, glaube ich, bei Diamant. Das will ich nochmal kurz gucken. Nein! Oh, was stehe ich denn da mal rüber beim letzten? Oh! Ne, wir sind doch... Oh, mein Gott. Wir sind doch noch nicht bei Diamant, aber beinahe. Das ist schön. Das freut mich zwar sehr. Du kannst hier auch einfach abbrechen, sonst, wenn du die nicht machen willst. Würde ich immer. Aber ich fliege immer zu weit. Wie hast du es geschafft, da nicht so weit zu fliegen? Weil wenn das Sprint bei mir mal klappt, dann scheint es ziemlich heftig. Hey, du bist gerade aber nicht zu weit geflogen. Du bist gerade irgendwie stehen geblieben, hochgesprungen und dann bist du vor Gelauf und runtergefallen. Hä? Das ist mir auch schon passiert. Ich kann ja den Knopf für dich drücken, nur eben halt ein bisschen fliehen. Sieh, ich will nicht zu weit springen wieder, deswegen. Also bis nach hinten, ich guck mal kurz. Ich lande immer hier und dann gehe ich immer noch so einen Schritt zurück auf den Block und sprinte dann so durch und drücke dann kurz nachdem ich den letzten Sprung angesetzt habe schon Shift. Bei dem letzten kannst du ganz easy durchspringen, da fällst du auch nicht rüber. Also bei dem zweiten Mal. Bei welchem zweiten Mal? Du musst ja noch wieder die Strecke zurück und dann hier hoch. Oh, du hast mich runtergetackelt. Bist durch mich gelaufen. Das geht doch gar nicht. Natürlich. Man kann gar nicht durch den Durchlauf. Natürlich kann ich durch dich durchlaufen. Guck hier. So, und jetzt, ja genau, und jetzt einfach durchgesprintet. Und jetzt schon Shift. Genau. Und die kannst du durchspritten und dann am Ende eben halt auch ganz normal Shift drücken. Ja, hab ich. Ich hab Shift. Oh Mann. Da, Jensen. Oh, meine Stimme gibt schon langsam auf. Ey, egal. Egal, aber wir sind danach noch eine Challenge, die irgendwie nicht so schwer aussah und dann bei Diamant. Hä? Ich bin extra wieder nach vorne gelaufen, weil trotzdem unter... Du kannst ja die Challenge auch ohne Zeit machen, wenn du willst. Was ist denn das? Jetzt ist wieder das Sprintproblem. Ach, guck mal, so sprintet der auch nicht mehr. Hätte ich bis zu kurz gesprintet. Nee. Ich hab's auch mal gesehen. Ja, beim ersten Block. Ja, da, wo du so bumm, bumm gemacht hast. Oh Mann. Ja, da oben. Oh, ich glaub's nicht. Oh, ich glaub's nicht. Ja. Was denn? Da muss ich nicht mal hochlaufen. Da musst du nicht mal hochlaufen. Das stört mich ja nicht mal. Ja, das ist doch auch egal. Ist doch egal, ob ich jetzt da hochlaufen oder nicht. Ja, ist doch... Zeitaufwendig immer und das... die Zuschauer nicht ab die wollte ich nicht sehen die ersten beiden springen einfach gar kein durch warum ist denn jetzt alles von der Kakteen? ey was soll denn der Scheiß? Kakteen gefarmt oder was? ja ich hab die ja da abgebaut bin hergekommen und hab sie da reingeworfen weil du die nicht mochtest oder warum? ja ich würde jetzt jeden einfach eins entspringen ja mhm wenn das mit dem Sprint mal klappen will ne oh man warum sind die jetzt wieder scheiß Kakteen? ich hab keine mehr hingeworfen warum ist hier überhaupt so ein scheiß Stein im Rand? ja hör mal auf da was rein zu werfen Alter und das ist Dreck ja allgemein der ganze scheiß Nerven Umweltverschmutzung schönes Goldwasser du machst das eindeutig zu schnell hey ich hab dir grad zugehört du machst so bop bop ich denk mal dass du es einfach zu schnell machst erzähl jetzt mal aufhören dich ja ständig was reinzuwerfen das nervt unglaublich ich wills nur nicht mehr haben bitte? ich wills nur in die andere Richtung ich wills nur nicht mehr haben es geht mir nicht darum in welche Richtung du es wirfst das nervt unglaublich das Geräusch geräusch ich hab nur ne Spitzhacke das nervig hier oh es gibt keinen mensch der so unglaublich nervig ist wie du Murz doch du wenn du angepisst bist die darfst du auf keinen Fall hintereinander springen ja geschafft ich habe extra geschafft bist du ja so auf zur nächsten Challenge muss ich hier runter oder wo ne das Glas ist der Öffene kaputt gemacht wahrscheinlich ja hier musst du irgendwie hin wo ich jetzt bin da genau sowas kann ich auch nicht also habe ich noch nicht gemacht solche hier oh Gott achso wo ist denn da lang auf den Klostern hä ach da und der zweite Sprung ist schwerer ach ich hab ihn grad mal geschafft der dritte ist noch schwerer alter das wird immer schwerer macht man denn über Eichsprünge weiß ich nicht ich spring einfach immer ich versuche auf diese Ecke zu springen den hier keine Ahnung wie ich den geschafft hab den hier keine Ahnung wie ich den geschafft hab den find ich aber auch der find ich aber auch der hä was soll man das denn machen es geht ich hab's einmal schon geschafft das ist ein Trick dem du mir sagen kannst wie du das gemacht hast